Die Kamera läuft. Das fängt ja schon gruselig an. Wie kommen wir hier noch durch? Hier rum. So, fertig? Ja. So, jetzt aber hier. Nur durchbringen. Tatatada! Mach ich rein! Boah, ich fühl mich schein wie Michael Schumacher. Boah! Michael Schumacher hat nicht so ein schönes Laufzeug. Boah, ihr habt schon 230 drauf hier. Boah! Bestimmt schein hier zu wohnen. Oh, hier ist nur 70 erlaubt. Wir sind doch gar nicht auf der Strecke. Hast du auch einen Aufkleber gekriegt? Nee, den kriegen wir im Welcome Center. Wobei das aufkommt? Welcome Center ist auf, ja. Bitte ein Bit. Nee, ein Aufkleber. Nicht ein Bit. Nein, da vorne auf dem Hotel steht bitte ein Bit. So, ich muss mal eine Kuh ertrinken. Also, auf fünf Meter durchbringen. Passt mal hier drücke jetzt noch. Warum? Jetzt schon irgendwie, jetzt schon irgendwie muss ich... Hier, hier, hier. Ah! Wig, 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 wig! Wau, wau, wau! Brrrr! Ah, das ist die Kurve, wo ich mich immer verrauen habe. Jetzt geht's los. Let's go! Vorsicht! Statt Nachsicht! Robert, hier starten wir immer. Jo, boah cool, ey. Guck mal, ich wünschte, dass wir hier so den ersten mit dem... Jetzt hier müssen wir so ein bisschen bleiben. Boah! 300, 300, oh, 305! Boah! Zwei Kilometer noch, dann bremsen! Boah! Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Boah! End die Kurve, die Kurve ganz eng! Boah! 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 Oh, 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 nochmal eine Doppelkurve! Voll in die Eisen, voll in die Eisen! Erst Gang, erst Gang, erst Gang! Boah! Tack! Boah! Boah! Wir haben noch einen Aufbau oder Alkohol! Warte, passt dann weiter mit den Schummeln! Ich muss hier erstmal gucken, wer ich rechts war. Boah! 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 Tschat, tschat, tschat! Wie passen hier zwei bis drei Formel 1 Autos nebeneinander? Ja, kannst mal sehen, wie klein die sind. Und dann... Tschat, tschat! Tschat, tschat! Tschat, tschat! 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 Boah! Wir haben hier die allerbeste Aufbau der Zeit! Ja, jetzt hier! Freie Fahrt für alle! Juhu! Boah! 300! 300! Juhu! Juhu! Boah! Boah! V8! V8! Power! Schrei doch nicht so rum, dann hören wir den auch mal! Ah, aber die sind da hinten! Ah, noch eine Straße! Und eine Kurve! Oh, hier geht der erste Abflug! Ende der Läupe! Okay! Was ist denn die Läupe? Weiß ich doch nicht! Das ist wohl schon neu! Wow! Boah! Nürnberg Power! Juhu! Vorausschauend fahren! Für ihre Sicherheit! Wow! Oh, Tacke! Ich sehe voraus, wir haben keinen Gegenverkehr! Oh, mein Glück! Oh! Und weiter geht's! Fünf Kilometer! Ich bin schon gefahren! Sind wir schon gefahren? Ja! Ja! Achso! Ja! Ja! Ja, wusste ich auch nicht! Hab ich auch gerade erst gekauft! Ja! Oh, jetzt kommt eine geile Kurve! Voll Drift-Kurve hier! Voll in die Bremse! Weg, 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 weg! Oder Handbremse! Handbremse! Handbremsen! Power! Wow! Tacke! So, jetzt sind wir überholt! Festhalten! Festhalten! Ja! Vorbei! Halt! Hier! Hey! Boah, das könnte ich auch, aber bin ich gerade nicht! Miau! 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 Tacka! Überhol dich doch mal! 6 Kilometer mal erst. Aber war so leichter. Ja. Demi, ich bin hier immer auf 110. Wir sind 110? Denkst du? Wir sind viel schneller! Wir sind noch 130. Ah! Tacka! Miiiit! Oh, wie groß ist die kleine Strecke? 20 Kilometer so, oder? Ist egal, wir dürfen bald den aufklärbar hinten drauf fahren. Ja, würde ich mir auch nicht ausgeben, wenn ich hier noch nie lang gefahren wäre. Nee, würde ich hier auch nicht fahren. Ah, komm, die Kurve ist schon ganz eng, ey. Boah! Ja! Boah! Kuh, Kimme! Boah! 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 Boah, ich hab schon wieder 200 drauf, ey. Boah! 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 Hallo, was erzählst du da? Du kannst dir Papa doch nicht die ganze Zeit sagen, dass die 300 oder 300 fährt. Oh, kliiik, kliiik, kliiik! Da oben sind die Paparazzi schon wieder. Kein wütiges GBS. Was? Winkern! Schade, den Sound konnte er jetzt mit dem Foto nicht ausführen. Oh, sie besteht Sturzgefahr! Ja, aus dem Auto oder wie? Hey, Freundchen! Voll der geile Drift hier, ey! Kannst du mal sehen, ich kann es mal von ihm zu kommen. Hat er nicht da noch mal direkt gespufft. Boah, ey! Müssen wir noch mal mit bleiben. Aber nicht heute. Boah, Vollgas! Boah, hier kommt eine gefährliche Kurve. Oh ja, die kenne ich. Boah! Alles aus dem Spielen. Boah! Das ist nicht gefährlich zum Kuchen. Guck! Wir wissen nur warum. Aber Papa, die schaffen wir immer noch gefahren. 90, Leute! Wollt ihr verarschen! 400 Meter ne Baustelle. Ja, super, ey! Wien auf der Rennstrecke in 400 Meter ne Baustelle. 70. Oh, hier ist doch 50. Hier wird bestimmt geblitzt gespalten. Ausfahrtbreitscheid geflossen. Oh, 30. Sind wir schon durch? Nein. 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 Sie ist zum Ausfahrtbreitscheid geschlossen. Aber wir sind noch nicht mit auf der halben Strecke. Ja, Vollgas! Boah, Jo! Boah! Na, ich hab den zweiten Jeep hinterher. Ey, da hinten, ey, da hinten ist das der Jeep, ne? Der von Norden. Vielleicht den jetzt überholen. Ja, der ist auch nicht so überholen wie unsere. Genau. Ich hab den vorbeigelassen. Ich hab den vorbeigelassen. Der Heusungpuls wieder. Ja, super. Achtung! Voll in die Kurve! Boah! 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 Wir sind jetzt hier Bergwerk. Und wieder die Kurve ganz eng. Wir fahren ganz eng, die Kurve. Ganz eng. Boah! 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 Guck mal, wie schnell. Ja, Sturzgefahr! Sturzgefahr! Hochdrein! 20 Kilometer. Boah! In der Hälfte haben wir schon fast. Oh, fast. Kesselchen. Ja, jetzt sind wir im Brustertal. Boah! Ich hab extra eine Karte mitgenommen. Damit wir uns nicht verfahren. Ich bin groß nicht verfahren. Kommt an den nächsten Toneten an. Hallo! Die Strecke unten links. Und wo wir... Soll wir mal hin? Ja, wir lassen im Brust. Also, ich denke ja. Wir fahren die Strecke komplett durch. Diese hier sind zwar nicht die schnellsten, aber... Ich hoffe, wir kommen an. Oha! Da ist er abgeflogen. Da ist er abgeflogen! Scheiße! Wir haben's richtig drauf. Das ist halt echt. Das ist halt... Da-da-da-da! Ha-ha! Ja-ha! 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 Aber das ist nicht wahr! Hey, hey, hey! Das wäre jetzt doch eigentlich das perfekte Timing gewesen, um die Winde anzusehen. Vorzeuge mit einer Lärmentwicklung über 95 dB sind nicht zu belassen. Pst! Was? Nix! Schon gut. Oh, okay. Da kippe ich auf, ey. Oh, jetzt schon wieder 300 km drauf. Pass auf, Leute! Die müssen bremsen. Oh! Wir sind erst bei 11 km. Vorsicht! Vollgas! So, hier müssen wir wieder die Kurbelgarns besonders eng schneiden. Oh! Und weiter! Ja! Ja! Ich habe sogar einen überholt! Ja, jetzt rückst du drüber nach. Ja, ich habe sogar einen überholt. Wow! Wo ist echt? Wowee! Eifenquicken! Wir sind oben, wir sind oben, wir sind oben, sorry, pfui, geht euch im Mund erwaschen. Ich hab keine Zeit zu gehen. Boah, hier die Steilkurve, festhalten, wir fahren die Steilkurve. Boah, wir fliegen, wir fliegen. Und weg hier, da geht's ab. Leute, irgendwie tut mir der schwarze gerade leid, der Kotlas jetzt, ich bin der lieb. Oh, das war das Autozeichen. Irgendwie fehlt mir das Jeepzeichen hier. Jo, das ist das Jeepzeichen. Jeepzeichen. Genau. Jo. J. Je, je, je. Hoch. Acht. Hoch, Acht. Oh mein Gott, Abkürzung, beste Altid. Boah, jetzt haben wir eine Minute gut gemacht. Boah. Steilkurve. Das ist ein perfektes Fahren hier. Jetzt komm mal in die Hochgeschwindigkeitszone. Ewig früher kommen. Achtung, Vorsicht, wir müssen bremsen. Ja, von Kilometer 17 bis 20 ist... Hochgeschwindigkeit. Oh, Quik, Quik. Warte mal, wo ist ein Quik, oder? Auf Nürnmüchtig. 13? Wir sind jetzt schon 14? Nee, gar nicht. Wir sind jetzt für Leute. Die ganze Nacht, die Hochgeschwindigkeit, wir verkehren Formel 1. Nee, hier fehlt kein Formel 1. Na und, lass mich doch mal denken, lass mich doch mal eine Fantasie spielen. Lass sie doch mal spinnen. Genau, lass mich doch mal spielen. Meiner war ja schon ein bisschen in sich nehmen. Na, Eschbach. So, jetzt geht los. Jetzt gehen wir auf 300. Passt auf jetzt. Noch nicht, aber jetzt... Oh, danke! Da, 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 da geht's los! Jetzt kommt wieder so eine Haarnadelkurve. Ah, ms! Ja, ms! Hat er gekommen... Haarnadeldings, bums. Ha, nein!! Boah! Ab der 17 geht's los, mit der Geraden. Boah, der überschreit bei uns. Da gibt es 230.090,70 an sich. Da bin ich ja vorher nicht so cool EMT bereif und kauft aber. EMT für Badsch und Schnee. Badsch und Schnee, aber muss ich. Vollgas. Platzgarten, die Sprungschachse. Ein Kiesbett. Wie Wunderbeer. Wie Wunderbeer. Nein, nicht wie Wunderbeer, wie Wunderbeer. Danke, volles Rohrgas. Volles Rohrgas. Hier geht es wirklich ab. Oh, Fein, hohoho. Rutschgefahr. Sturzgefahr kannst du nicht lesen. Rutsch und Sturz. Kannst du nicht lesen? Kannst du nicht lesen? Ich kann lesen. Nee, nicht lesen. Ich glaube der Ding ist schon fürs Wochenende, aber 26 Euro für 10 geliebt. Ich wollte den jetzt nicht übertreiben. Im falschen Moment den Mund aufmachen? Ja! Meine kommt von hinten geworden. Schon wieder? Ja oder? Doch. Doch. Ja, der schwarze kommt, der schwarze kommt wieder. Jetzt darf ich den nicht überholen. Den darf ich den nicht mal rein. Oh, Steilkurve, da ist mir egal. Wo ist die Steilkurve? Attacke! Das ist nicht der, das ist nicht der gerade für Marius. Oh, der kann das hier raus. Boah, Juhu! Ich muss mal so fahren gehen. Lass mich kippen. Ich weiß das. Doch, der schwarze kommt wieder auf mir. Das habe ich nur gesagt. Das ist blau. Das ist geilen kurz. Das ist blau. Ja, ich sag gerade geilen kurz. Hey, das ist ein anderer. Wieso ist das schon wieder ein anderer? Warum darf ich mich davon noch recht haben? So, jetzt fliegen wir. Da, 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 da! 180. 190. 212. 193.000. Zahnstelle. Am Fluch! Höchstgeschwindigkeit im Motorbereich. Wow, wow, wow! Oh, wow, wow! Oh, wow, wow! Da, 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 da. Das ist nicht ab. Wir sind hoch. Wir sind hoch. 700 Meter bis zum Ruchteil vor. Wir sind vor den einmal gefahren? Ja. Wir sind vor einmal gefahren. Wir sind auf den 1. 1. 1. 2. Ja! Ja! Nein, wir gehen noch weiter los. Jetzt fahren wir zum Welcome Center. Guck, raus und weg. So, zum Welcome Center. Da sind wir von knapp vorbeigefallen.